Ich möchte heute Abend in Zoom etwas erweitern und vielleicht die Blende auch etwas öffnen, weg vom Detail der Listen, weg von den Aufzählungen und vielleicht mit einer kleinen Ausnahme hin zu einem so größeren Bild wie zur Geschichte des Buddha und seinem Ringen. Es ist oft nicht leicht, sich dieser Gestalt eines Buddha anzunähern. Erstens mal ist diese historische Gestalt schon eine ganze Weile her. Die Indologie ist sich nicht mehr einig, wann der Buddha geboren wurde, bis vor ein paar Jahren. Und was ist sich noch einig, dass er geboren wurde etwa 560 und gelebt hat bis etwa 480. Mittlerweile ist sich die Indologie nur noch darin einig, dass man dieses Datum nicht mehr so akzeptieren könne. Welches andere in Frage kommt, da sind sie sich nicht sehr einig. Aber im Großen und Ganzen geht man davon aus, dass es sich wahrscheinlich etwa 80 Jahre nach vorne verschiebt. Dass wir also davon ausgehen müssen, dass die Zeit des Pari Nibbana, also des Eingangs des Buddha, eines Erwachten in dem unaussprechlichen Zustand des Nibbana, das heißt, wo sein Körper stirbt und wir nicht mehr wissen, wo er hingeht, weil niemand weiß, wo ein Tatargatha hingeht, dass diese Zeit auf ungefähr das Jahr 400 vor der Zeitwende fällt. Plus minus ein Dutzend Jahre, also so jedenfalls die geladenen Quellen. Und die Gestalt des Buddha ist einigermaßen ehrfurchtsgebietend. Das ist so, als ob eine horizontale und eine vertikale aufeinandertreffen. In dieser Gestalt des Buddha verbindet sich ein konkretes Menschenleben und die Verwirklichung einer transzendenten Erfahrung, etwas wirklich Großen, diese Verkörpert, diese Gestalt des Buddha verkörpert. Etwas Zeitloses, so eine vertikale, etwas nicht Gegenständliches, etwas alle Äonen durchwirkendes. Plötzlich verkörpert sich das in einer historischen Gestalt. Eines Mannes, eines Inders, eines Gouverneurssohns aus einer bestimmten Kaste, die sich Sakyas, also die Kaste heißt Katjas und sein Geschlecht sind die Sakyas und sein Clan, das sind die, das ist der Gautama. Und in dieser Gestalt verkörpert sich plötzlich das Transzendente, verkörpert sich plötzlich Zeitlosigkeit, verkörpert sich plötzlich das, was der Buddha selber später mit Dharma bezeichnet hat. Eine Wirklichkeit, die die Phänomene unseres Erlebens, unseres sinnlichen, aber auch unseres geistigen Erlebens überhaupt möglich macht. Diese Wirklichkeit, die er Dharma nennt, die Prinzipien, die diese Wirklichkeit ordnen und strukturieren, das alles verkörpert sich in der Gestalt eines historischen Menschen. Das ist einigermaßen ungewöhnlich. Jetzt wenn ihr mal akzeptiert, dass sich in dieser Kristallisationsgestalt eines Buddha etwas Zeitloses manifestiert, etwas, das nach seinem Verschwinden von diesem Planeten eine riesige Woge an Möglichkeiten geboten hat, eine große kreiseziehende Bewegung und eine Bewegung, die Menschen, die Kulturen mindestens seit den letzten zweieinhalbtausend Jahren erfasst hat. Wenn wir einmal das akzeptieren, dass es so etwas gibt, dass das einer der großen zivilisatorischen Einflüsse ist, dass da irgendetwas Gewaltiges stattgefunden hat, dass uns auch heute noch andere jüngt und dessen Ausläufe unsere Reichen und dessen Ausläufe in meinem höchstpersönlichen Leben etwas bewirken können und dass dieses Wesen aus einer Erfahrung gesprochen hat, einem Wirklichkeitsdurchbruch, der die existenziellen Wirklichkeiten meines Lebens anzusprechen vermag und mir zu helfen vermag. Wenn wir das einmal so an uns heranlassen, dann stellt sich sehr bald einmal die Frage, nicht nur, okay, der war erleuchtet, sondern wie war das, wie ist das vor sich gegangen? Das hat Menschen immer wieder fasziniert. Wie ist das vor sich gegangen? Jetzt die Gestalt des Buddha ist eigentümlich makerdokumentiert in den Lehrreden. Zum Beispiel, es scheint, dass er sein eigenes Leben nicht sonderlich wichtig erachtet hat. Als Beispiel, wir finden, wir müssen uns aus einigen Lehrreden kleine Häppchen zusammenklauben, um überhaupt halbwegs eine Biografie hinzukriegen von ihm. Die großen Biografien des Buddha, die sind hunderte von Jahren später geschrieben worden. Ja, die berühmteste Ashmagosas-Buddha-Jarita ist mindestens 600 Jahre später. Und wenn ihr mal denkt, was ihr wisst, von den Dingen, die vor 600 Jahren passiert sind, könnt ihr möglicherweise davon ausgehen, dass nicht ganz alles so zugelaufen ist. Wie wird man denn erleuchtet? Wie passiert denn das? An einem Tag jagt man mit seinen Kollegen und wird herangezogen als Herrscher, als künftiger Herrscher, als Katja, als ein Mann aus der Kriege oder Adelskaste. Und man hat einen Papa, der ist begütet und der ist so etwas wie ein Gouverneur. Und der möchte gerne, dass ich natürlich auch so etwas werde, wie ein Gouverneur. Ja, das ist, was Papas möchten, die möchten, dass sie das tun, was wir, was sie tun, oder dass sie das fortführen, was Papas leider nicht fortgeführt haben. Das ist also die meisten Papas so. Dieser Papa wurde prophezeit, so die Geschichte, dass sein Sohn entweder ein Weltenherrscher wird oder ein religiöser Erwachter, ein Sektengründer. Dreimal dürft ihr wählen, dreimal dürft ihr raten, was Papa gewählt hat, was er aus seinem Sohnemann machen möchte. Er hat sich leidlich Mühe gegeben, diesen Sohn so zu erziehen, dass er ja nichts mit Religion zu tun hat. Also diese Gestalt des Erwachten, des Tathagata, so redet er von sich, das ist ein faszinierender Begriff. Der lässt sich übersetzen als der so gekommene Tathagata. Der ganz gekommene Buddha, also immanente Kraft, hier jederzeit wirksam in einer Welt, ganz tief in dieser Welt. Oder wenn ihr das Komposit anders auflöst, dann ist es der Tathagata, der vollends Gegangene, der so Gegangene, der gänzlich Transzendente, der diese Welt völlig überwunden und verlassen hat. Je nachdem, ob ihr eher der Immanenz oder eher der Transzendenz zugeneigt seid, ob es euch trötzt, dass er gänzlich von hier ist oder gänzlich nicht mehr von hier. Wir haben Leute und Traditionen das aufgelöst und verstanden. Also die Gestalt dieses Buddha hat natürlich seine Nachwelt fasziniert. Während er selber offenbar seine Geschichte nicht für exemplarisch gehalten hat, sonst hätte er ihr mehr Gewicht gegeben und hätte mehr Biografisches erzählt. Er hätte sich vielleicht abzeichnen lassen, das hat er explizit nicht gewollt. Die buddhistischen Traditionen haben hunderte von Jahren keine Bilder von diesem Erwachten gemacht. Das ist vielleicht heute nicht mehr so klar, aber all die Buddha-Statuen, die ihr seht, müsst ihr euch vorstellen, sind quasi gegen seinen Willen entstanden. Die frühen, frühesten Darstellungen aus buddhistischer Ikonografie finden ohne Buddha-Statue statt. Übrigens, das ist eine Statue, das ist nicht ein Buddha. Nur damit das klar ist. Das ist ein beträchtlicher Unterschied. Statuen sind aus Holz oder aus Messing oder aus Brust oder Legierungen oder so. Und Buddhas, die wohnen bei euch in der Brust. Diese beiden Dinge. Das eine, die Statue, soll an den Buddha in eurer Brust erinnern. Das ist die Idee der Statue. Aber wenn ein Kindchener sich vor der Statue verbeugt, dann verbeugt er sich nicht vor einem Stück Holz oder vor dem historischen Buddha, sondern er ruft sich in sein löcheriges Hirn die Besinnung zurück, dass auch er erwachen kann. Und das ist, was er damit tut. Das ist der Sinn von solchen Statuen. Das sind nicht goldene Götzen oder magische Symbole, die wir mit animistischen Praktiken aufgeladen haben, die uns dann helfen, daraus Power zu holen, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Das sind Symbole, die uns an unser eigenes Wach werden können mahnen. Diese Gestalt des historischen Buddha und sein Werdegang hat natürlich seine Zeitgenossen fasziniert. Und während die ersten Darstellungen keine Statuen haben, sondern da findet man den leeren Lotus-Sitz, den Vajrasana, man findet immer wieder den Bodibaum, wir haben es üppig belaubt, im Zentrum von Darstellungen etwa in Sanchi oder in Barhut, das sind die ältesten ikonohabischen Städten, die wir kennen bis heute, vielleicht tauchen noch welche auf. Manchmal finden wir das Rad der Lehre mit den beiden Rehen, das ist vom frühesten Buddhismus bis auf dem Joker in Lhasa steht, dieses Rad der Lehre mit seinen acht Speichen und die beiden Rehe, die zuhören mit langen, spitzen Ohren, die stehen für den Wildpark in Saranath, wo diese erste Darlegung des Ingangsetzens des Rades der Lehre stattgefunden hat. Dieses Rad der Lehre ist also eine zentrale Darstellung. Manchmal finden wir die Fußabdrücke des Erwachten, da ist die Spur, aber der Mann ist weg. Und die Gestalt fehlt. Sie fehlt so sehr, dass bis noch vor gar nicht so langer Zeit, es ist etwas mehr als 150 Jahre her, sein gelehrter britischer Epikarap befunden hat, Buddhisten hätten wahrscheinlich entgegen anfänglicher Behauptung sein wahrscheinlich eine Art Baumkult gewesen, weil im Zentrum ihrer Darstellungen findet man immer wieder diesen üppig belaubten Baum. Und sowas wie die Kelten nicht ihre Baumgürtelhunde schleppt haben. Und die Gestalt des Buddha als eine Abbildung ist eigentlich ein griechisches Projekt. Das haben griechische Handwerker, die mit Alexanders Armeen irgendwo in Nordindien eingelaufen sind, im dritten Jahrhundert, und dann nach Alexanders Sterben und den berüchtigten Diadochenkämpfen versprengt zurückgeblieben sind und seine griechisch-indische Kultur gebildet haben für ein paar Jahrhunderte. Gandhara, heutigen Afghanistan, tauchen schließlich die ersten offenkundig von griechischen Handwerkern angefertigten Stapeln eines Buddha auf. Diese ersten griechischen Buddhas, die zahlen unverkennbar griechische Handwerkskunst, weil die Griechen haben die Skulptur gekannt, während die Inder sie offenbar nicht gekannt haben. Aber die Griechen haben indische Themen abgebildet für hunderte von Jahren. Diese ersten Gandhara-Buddhas im heutigen Afghanistan, die haben alle so starken griechischen Nasenbau, die geschworenen griechischen Augenbogen, unverkennbar griechisch. Und diese Buddha-Staaten sind der Hit. Die reißen wirklich ein und innerhalb von kürzester Zeit geht es durch die, rauscht durch die gesamte buddhistische Welt, dass die, diese Skulpturen, also Buddha-Staaten tauchen dann relativ kurz, dann auch überall auf, wo es Buddhisten gibt. Und Buddhismus ist zu dieser Zeit, das ist die ersten Staaten, sind im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus. Die buddhistische Welt ist zu dieser Zeit relativ groß. Die reicht bis nach Turkmenistan, die greift Pakistan, die geht, wir wissen nicht ganz genau, bis wie weit hoch der Seidenstraße entlang, und sie geht runter in Indien, ein ganzes Stück. Sie geht wahrscheinlich bereits rüber nach Nepal und möglicherweise bereits nach Burma und nach Suwanda Bumi, in das goldene Land. Sie ist bereits ein Stück weit in Indonesien, also die buddhistische Welt ist bereits recht staatlich zu dieser Zeit. Und überall tauchen Buddha-Staaten auf. Diese Buddha-Staaten haben alle noch so Versatzstücke griechischen Einflusses. Und das dauert eine ganze Weile, bis die Buddha-Staaten dann die lokalen Färbungen annehmen. So wie Jesus gestalten in Schwarzafrika, in Schwarz aussehen und nicht raphaelitisch blauäugig und so wie in Italien, so beginnen Buddha-Staaten in anderen Ländern spezifische Physiognomie anzunehmen. Immer noch so mit Echos der ersten Generation von Staaten. Die Schneckenhaare sind unmissverständlich, die langen Ohren sind unmissverständlich. Das kleine Haarbüschel auf der Stirn taucht. Wenn ihr genau guckt, seht ihr das immer wieder, die drollige Protuberanz da auf der Schädelkalotte des Buddha, die Fachsprache Ushmi-Shanet, dieses komische Käppchen, wie nennt sich das auf Deutsch? Es ist ein Chignon, glaube ich. Es ist bösi. All diese Sachen, die gehen irgendwie durch. Das findet ihr von Afghanistan bis Korea. Da findet ihr das, ja. Und diese Statuen formalisieren dann in gewissem Sinne Gesten des Buddha. Ihr findet, diese Gesten des Buddha, sie werden Mudras genannt, stellen bestimmte Sachen dar. Sie stellen Meditation dar, oder sie stellen die Erdberührung dar, oder sie stellen die Gewährung einer Gunst dar, oder sie stellen die Furchtlosigkeit, oder die Darlegung des Vitarka-Mudras, die Darlegung von komplizierten Sachen. Da gibt es ein paar ganz Geläufige dieser Mudras, die überall auftauchen. In Japan tauchen sie auf, in China tauchen sie auf, sie tauchen in Afghanistan auf, in Thailand, in Burma, in Laos. Überall gibt es einen Kanon von Gesten des Buddha, die verschiedene Stationen seines Lebens darstellen, oder verschiedene Haltungen. All diese Buddha-Staaten, die schönsten davon, haben irgendwo eine ganz feine Mischung zwischen Welt zugewandt, da ist eine Wärme da, und eine Freundlichkeit, und zugleich etwas Entrücktes. Jede der großen Traditionen hat, durch verschiedene Weisen, hat es geschafft. Wenigstens in ihren glücklichsten Ausprägungen, nicht alle Ausprägungen von Buddha-Staaten, sind für unser ästhetisches Empfinden geraten, oder inspirierend. Und es gibt erstaunliche, nennen wir es mal Liberalität, in der Darstellung des Buddha. Ich erinnere mich an die mythologisch sehr korrekte Darstellung der sechs Strahlen, der sechsfarbigen Strahlen, die von einem Buddha ausgehen, die dann mit Hilfe von Neonleuchten in einer plastifizierten Version ihren Ausdruck gefunden haben. Und ich weiß, ich bin mal in einer Garage in Frankreich so etwas begegnet, und er hat mir mit großem Stolz und das mühevoll erarbeitete Stück vorgeführt. Ich wurde genötigt, ein Urteil auszusprechen. Es ist mir schwergefallen, mein spontanes Entsetzen, und zugleich das Gebot der rechten Rede, und meinen Wunsch, meinen Kurator nicht zu enttäuschen, da eine feine Balance von Bahhaftigkeit zu finden. Also manchmal finden wir Statuen, die diesem inspirativen Wunsch von uns nicht entsprechen. Und dennoch, wenn ihr genauer schaut, findet ihr in allen den großen Traditionen wunderbare Statuen, die genau diese Mischung von Zuwendung und Wärme und zugleich dem Zugang zu einer entrückten Wirklichkeit ausdrücken. Menschen haben sich, die Tradition, muss ich sagen, hat sich sehr früh dann begonnen, mit der Geschichte oder dem Erwachensprozess des Buddha auseinanderzusetzen. Und was wir heute haben, ist eine Art Sammlung von Schlüsselmomenten im Leben dieses Buddha. Einige davon sind ganz klar legendenhaft, andere tauchen so im Nebensatz in den Lehrreden selbst auf. Und ich bin sicher, dass ihr einige davon kennt. Wir wissen, dass der, wie alle großen Wesen, ist der Buddha nicht normal auf die Welt gekommen. Wenn wir den Jungianern glauben, dann ist es eines der Merkmale, eines der archetypischen Merkmale, dass außerordentliche Wesen bereits durch die Art und Weise ihres Geborenwerdens ungewöhnlich sind. Im Falle des Buddha hat Maya ihn stehend geboren, was wahrscheinlich durchaus nicht das dümmste ist von einem obstetrischen Standpunkt aus. Sie war auf dem Weg nach Hause zu ihrer Mutter. In Indien ist man, wenn man niederkam mit einem Kind, ins Mutterhaus zurückgekehrt, als Tochter. Und sie hat ihn unterwegs gekriegt. Also sie war nicht bei sich zu Hause und hat unter zwei Saalbäumen, die sich niedergebeugt haben, hat ihn stehend geboren, und zwar aus der Seite. Das ist da gynäkologisch gesehen mit einem sehr bedenklichen Vorgang. Aber es erfüllt den, denke ich, archetypischen Auftrag, dass etwas an dieser Geburt hochgradig, außergewöhnlich ist. Es war nicht das Einzige. Der Buddha, so werden wir instruiert, ist dann auch gleich nach der Geburt aufgestanden und hat sieben Schritte getan in Lothossen, die sich geöffnet haben, speziell für diesen Zreck. Später finden wir, dass der Buddha besonders tierliebend ist, dass er begabt ist und dass er unter seinen vielen Cousins aufwächst. Ananda ist übrigens einer davon, der sein späterer Schüler, Aufwärter und getreuer Begleiter über viele Jahre und mit seinem mächtigen Gedächtnis und einer Bereitschaft, dumme Fragen zu stellen, der wir unglaublich viele gute Erklärungen verdanken, weil wenn niemand den Mumm hat, dumme Fragen zu stellen, dann bleibt einiges im Verborgenen. Und Ananda hat viele Tugenden. Wir verdanken ihm den Nonnenorden und einige andere große Sachen, aber sein Gedächtnis und seine Bereitschaft, Fragen zu stellen, verdanken wir ganz viele Belehrungen. Und ich bin persönlich sehr, sehr verbunden für diese Zivilcourage. Der Orden hat es ihm dann später sehr unfroh vergolten. Also er ist immer wieder kritisiert worden für seine Verhältnisse zu Nonnen. Dass Nonnen ihn gemocht haben hat, bei einigen der Mitbrüder Missmut hervorgerufen. Man hat ihm vorgeworfen, dass er dem Buddha Dinge nicht gefragt hat, die er hätte fragen sollen. Man hat ihm vorgeworfen, dass er zu der Einführung des Nonnenordens verholfen hat. Man hat ihm vorgeworfen, dass er auf das Sitztuch des Buddha gestanden ist. Und so weiter. Da ist Gegenstand einiger Eifersucht offensichtlich gewesen. Nicht alle Schüler des Buddha waren erleuchtet und frei von solchen Sachen. Wir wissen also, dass der junge Prinz Siddhartha aufgewachsen ist, in begüteter Weise verwöhnt. Man sagt, man redet von drei Palästen für die drei Jahreszeiten. Und Lotusteiche mit blauen Lotussen, weißen Lotussen, roten Lotussen, Padumas die roten, Pundarikas die weißen, Upalas die blauen. Die gibt es alle. Und der Vater, so werden wir weiter instruiert, hat versucht, alles zu tun, damit sein Sohn sich nicht etwa der Religion zuwenden könnte. Und seine Strategie war, dieses Kind zu verwöhnen. Nach Strich und Pfade. Hat ihn durch verschiedene Paläste hindurch, so im Jahresrhythmus, von Ort zu Ort bewegt. Hat ihm jeden erdenklichen Luxus gegönnt. Und so wird uns erzählt in den Lehren, dass der Buddha bis spät eigentlich nicht verstanden hat, was Alter ist und was Krankheit ist und was Tod ist. Man hat also ganz bewusst von ihm diese Dinge ferngehalten, in klarem Verdacht. Natürlich, dass existenzielle Erfahrungen, wie Alter, Krankheit und Tod, einen Menschen erschüttern, bestürzen und möglicherweise auf religiösen Geschmack bringen. Ja, und wenn ihr aus eurem Sohn einen Gouverneur machen wollt, dann das Letzte, was ihr wollt, ist spirituelle Ambitionen. Es ist schlimm genug, dass er sich bei der Schwanenjagd nicht, dass er das Tier retten will, statt es verfuttern. Und auch ein paar sonst, ein paar unmännliche Sachen gezeigt an sich hat. Obwohl er an sich begabt war, gab es da bestimmte Verdachtsmomente, dass irgendetwas mit dem nicht gerät. Und später, dann hat man ihn verheiratet, er ist mit 16 verheiratet worden, standesgemäß, und hat, ist dann irgendwann mit seiner Gattin zusammengezogen und hat mit der eine ganze Weile gelebt. Vater geworden ist er erst mit 29. Das ist ungewöhnlich. Und so wird uns gesagt, eines Tages bricht er auf, und zwar macht er heimliche Ausflüge mit seinem Fuhrmann. Der Mann wird später Mönch. Er ist ein ziemlich schwieriger Kerl. Es gibt mehrere Lehrer, wo er auftaucht. Meistens ist er ein bisschen remitent. Er scheint sich etwas einzubilden auf seine frühere Beziehung, die beiden und ihre verschworenen Ausflüge, die für den Buddha dann zentrale existenzielle Erfahrungen werden, scheinen den irgendwie zu verbrüdern. Und er scheint sich etwas einzubilden auf diese Beziehung mit dem Buddha und daraus abzuleiten, dass er bestimmte Dinge machen kann, wofür er mehrmals bestraft wird und den Unmut der Gemeinschaft auf sich zieht. Also der Buddha und sein Fuhrmann machen Ausfahrten. Und auf diesen Ausfahrten begegnet der Siddhartha, der Prinz, noch nicht Buddha, verzeiht, begegnet dann einem alten, siechen Mann. Und er begegnet einer nächsten Ausfahrt einem Begräbnis. Und er begegnet einem kranken Mann. Und in jedem Fall ist er erschüttert von dieser Erfahrung. Das sind natürlich archetypisch verdichtete Schlüssel-Szenen, aber es ist klar, dass ihm trotz seines verwöhnten Daseins, trotz seiner Privilegien, Dinge aufleuchten. Und er fragt seinen Fuhrmann, was ist mit dem los? Und der Fuhrmann sagt, ja, das passiert dir und mir auch. Also dieser ganz einfache Mann sagt ihm quasi die Wahrheit und lässt ihn etwas spüren, was er bislang nicht an sich herangelassen hat. Und das ist in diesen Ausfahrten, das ihn quasi eine Art Entsetzen packt. Die Vergänglichkeit wird ihm deutlich, die Anfälligkeit, die Hinfälligkeit wird ihm deutlich, die Endlichkeit wird ihm deutlich. Und in einer berühmten vierten Ausfahrt sieht er dann einen Asketen. Er sieht einen Samana, einen der vielen Leute, die sich der spirituellen Übung widmen. Wir wissen nicht, wer das ist, aber er wird dargestellt als ein geschorener Mann. Also es ist nicht ein wilder Satu offenbar, sondern es muss jemand sein, der ihn inspiriert. Und er sieht diesen und er ahnt, dass es als jemand, der selber anfällig ist für Alter, Krankheit und Tod, für ihn nicht sinnvoll ist, ein Glück zu suchen, das von Dingen abhängt, die gleichfalls wie er selber der Vergänglichkeit, der Unpersönlichkeit und der Leidhaftigkeit unterworfen sind oder der Bedingtheit. Und er sieht in der Person des religiösen Suchers einen Mensch, der aufgebrochen ist, eine andere Wirklichkeit zu finden oder einen anderen Zugang zu dieser Wirklichkeit zu finden. Und darin liegt der Keim seiner Inspiration und das kommt dann noch zusammen mit einer Überdrusserfahrung. Die Legende erzählt uns, dass er seine weiblichen Musikanten im Schlaf und leicht angesäuselt sieht und er sieht irgendwie das Unschöne, dieser in Unordnung geratenen Musikanten, die sich der Schönheit gewidmet haben. Und er verlässt seine Frau und sein neugeborenes Kind. Das ist sehr schwer zu akzeptieren für uns. Die bestmögliche Variante, die er euch servieren kann, ist, dass er Frau und Kind quasi in der Obhut der Großfamilie zurücklässt. Was in einem Familienverständnis, wie das in Indien vorgeherrscht hat und zu Teilen auch heute noch herrscht, gerade noch so vorstellbar ist. Für uns ist das ein absoluter Affront, seine Frau und sein Kind zu verlassen. Das ist nicht verzeihlich. Das ist nicht verzeihlich in meinem Wertegefüge. Mein Mönchslehrer hätte nie einen Mönch angenommen, der Vater war in den Orden, wenn er nicht absolut geklärte Verhältnisse gehabt hat. Ich war sehr beeindruckt. Er hat sogar Männer nur sehr zögerlich angenommen, die in Verhältnissen gelebt haben, in denen sie ohne Vater für Kinder zu sein, eine Vaterrolle für diese Kinder hatten. Und ich habe das sehr beeindruckend erlebt. In der Zeit des Buddha war das offensichtlich ein Affront gegen die Familie, vielleicht weniger gegen seine Frau, als gegen die väterlichen Erwartungen und gegen seine Bindungen, diese Großfamilie. Weil sein Gang in die Hauslosigkeit, den er heimlich vollzieht, mit Hilfe wiederum des Fuhrmanns, der ihm hilft und der ihn an den Fluss bringt und wo er sich dann berühmterweise die Haare abschneidet und den Bart und den Fuhrmann mit seinen Besitzkimmern zurück schickt und sich in die Einsamkeit begibt. Diese Szene ist der berühmte Gang in die Hauslosigkeit, wo er mit 29 Jahren aufbricht und sein ganzes bisheriges Leben eigentlich ablegt und etwas völlig Neues für ihn beginnt. Und dann beginnen sechs wilde Jahre, wo er belehrt wird von Leuten, die wir heute mit Namen kennen. Also, und wir vermuten, das eine ist ein Upanishadischer Lehrer, das andere ein Yogischer Lehrer. Und in diesen beiden Traditionen erfährt er offensichtlich Belehrungen, praktischer, theoretischer Art und hat relativ schnell einmal Fortschritte in diesen Übungen. Am einen Ort wird ihm Anteil an der Schule angeboten und am anderen Ort wird ihm sogar die Schule selbst angeboten. Und beides schlägt er aus. In beiden ist er dankbar, dass er etwas von diesen Asketen und Lehrern mitgekriegt hat. Und zugleich ist er auch enttäuscht. Also er bekundet, dass er eine Vision, eine Ahnung von Freiheit hat, die diese Darlegungen und auch die Verwirklichungen dessen, was dort dargelegt wird, offen bleibt für ihn. Er weiß, da ist etwas mehr. Und dann beginnt eine Fastenzeit, eine dramatische, und diese Fastenzeit, da umgibt er sich mit einigen mit Asketen, die später seine ersten Schüler werden würden. Allerdings, nachdem er eine ganze Weile gefastet hat, die Schriften beschreiben es so, seine Haut wird schwarz, sein Po gleicht einem Huf, er wird unendlich schwach. Wenn er sich hinhockt, um seine Not durchzuverrechten, hat er kein Gleichgewicht mehr. So sehr ist er abgemagert. Wenn er seine Bauchdecke berührt, spürt er sein Rückkrat. Ja, das ist nicht eine Erfahrung, die ich unmittelbar nachvollziehe. Die ich auch in mageren Jahren nicht wirklich so nachvollziehe. Also, da wird grafisch beschrieben, dass dieser Mann es sich, dass er sich nicht lumpen ließ, was seine Hingabe an asketische und allerlei unappetitliche Praktiken ja hingegeben hat. Und er hat sich da nicht lumpen lassen. Und dann kommt ein Punkt, wo er entscheidet, dass das nicht hilft. Und an diesem Punkt, das ist wieder so eine Schlüsselstelle, wo er zum Entsetzen seiner Mietersketen mit einem Mädchen, das vorbeikommt, ein Hirtenmädchen, und von ihm akzeptiert er den berühmten Milchreis. Und die anderen Asketen wenden sich von ihm ab in Verachtung und sagen, sagen wir nach Gotemar, hat sich der Völlerei zugewandelt. Und er ist alleine. Er ist 35. Er hat alles aufgegeben, was man aufgeben kann. Er hat alles an die zeitgenössischen Darlegungen gegeben, was er aufnehmen konnte. Er hat sich der strengen körperlichen Askese beschrieben, mit einer Hingabe, die nicht wirklich tatenswert war. Also man konnte ihm nichts vorwerfen. Und dann hat er befunden, dass das ihn nicht frei macht. Und dass er nicht weiter praktizieren kann, weil er so geschwächt ist, dass ihm nichts mehr gelingt. Und an dieser Stelle, das muss man sich vorstellen, das kann sich nicht gut angefühlt haben. Ihr seid 35, ihr habt alles aufgegeben, was man aufgeben kann. Väterliche Karriere. Dann habt ihr die Schulen aufgesucht. Ihr habt gelernt, was man euch erzählt hat. Ihr habt verwirklicht, was man euch verheißen hat. Und es reicht nicht. Und am Schluss wenden sich noch die alten Kämpfen von einem ab, weil man einen Teller Milchreisern nimmt. Ich denke, er hat sich allein gefühlt in diesem Moment. Und interessant ist, dass er beschreibt, dass eine Sache, er geht dann weg und ist alleine. und er beschreibt, wie eine, es ist wiederum eine Schlüsselszene, wie eine Erinnerung ihn rettet. Und zwar ist es die Erinnerung, die er hat, als kleines Kind, wie er im Schatten des Rosenapfelbaumes gelegen hat. Wir vermuten, dass das eine rituelle Anlass war, wo man den kleinen Sittat da in den Schatten dieses Strauches oder Baumes gelegt hat. Rosenäpfel, so heißt Indien im Lande. Indien, ja, Chambutvipra, die Insel der Rosenäpfel. Wenn ihr Rosenäpfel kennt, wenn nicht, kann ich empfehlen. Gibt Grüne, Giprosas, eine sehr wässrige, birnenförmige Frucht und einen sehr stark parfümierten Aroma. In einem solchen, im Schatten eines solchen Strauchens also muss der kleine Sittata gelegen haben und als Junge, ich denke vielleicht fünf, sechs, hat er eine Jhana erfahren. Ja, eine erste meditative Vertiefung. Eine spontane Erfahrung, eine geistige Einigung, die stattgewunden hat, nachdem er sich von seinen äußeren Sinnen abgewandt hat und nachdem er als einer von Beruhigung her rührenden geistigen Verfassung diese Einigung in sich erlebt und gespürt hat. Er hat das dann offenbar vergessen. Ebenfalls hat es ihn all die Jahre dazwischen nicht sonderlich geleitet, aber mit 35 am Ende seiner Asketen-Karriere, nachdem er alleine ist und quasi nochmal über die Bücher geht, taucht diese Erinnerung auf, von dieser Erfahrung und er fragt sich, ob es nicht möglich wäre, einen Geisteszustand herbeizuführen, der diesem Vertiefungszustand gleiche. Ein Geisteszustand und das ist der Beginn einer großen Wende in seiner Praxis. Es wird beschrieben, dass er im heutigen Bodhgaya ist, am Flüsschen der Ranjara und dass er dort praktiziert alleine auf die Vollmondnacht im Mai zugeht und das ist der Mai-Mond, das ist der Vissaka, der Mond Vissaka von da und dass er dort schließlich seinen Wirklichkeitsdurchbruch hat, also er hat seinen großen Durchbruch, das was wir erwachen nehmen. Erleuchtung ist das schlechtere Wort dafür, das klingt irgendwie so ja, etwas drollig, ja, wir sagen manchmal, sie leidet schwer unter ihren Erleuchtungen, ja, ist das ein komisches Wort, ja, aber erwachen ist, denke ich, das erste gute Wort, dass wir wirklich erwachen zu den, einer Wirklichkeit der Dinge, wie sie ist und dieser Prozess des Erwachens hat eine Dynamik und nachdem er stattgefunden hat, verbringt der Buddha Mann sieben Wochen in der Wolle dieses Erwachens und es ist offenkundig, dass er in diesen sieben Wochen sich die Dynamik dieses Prozesses selber verdeutlicht, weil es ist eines, wenn wir die Biografie des Buddha anschauen, dann sehen wir darin, dass es nicht einfach nur ein guter Meditierer war, weil es gibt viele gute Leute, die keine Ahnung haben von dem, was sie können, es gibt viele Leute, die Dinge können, ohne dass sie deswegen gleich gute Lehrer wären, und in der Gestalt des Buddha finden wir das geniale Zusammenkommen, nicht nur eines mystisch begabten Menschen, der einen großen Durchbruch hat, sondern wir sehen auch einen fantastischen Lehrer, der Mann ist Pädagoge, ein guter Pädagoge, der kann auch mit Leuten, die nicht erleuchtet sind, das macht ihn so kostbar und wertvoll, er kann etwas, er hat etwas verstanden vom Prozess seines Erwachens, das ist schon mal das eine, es gibt Leute, die können Berge klettern, aber die sind nicht gute Bergführer, nur weil sie gut Berge klettern können, es gibt ein paar berühmte gute Kletterer, die sind schlechte Bergführer, die haben sich schlecht benommen gegenüber anderen Leuten, die nicht so gut klettern kommen, haben sie sogar vielleicht verloren, nicht jeder, der wirklich viel weiß, ist notwendigerweise ein guter Lehrer, manchmal häufig lernt man von Leuten mehr, die nicht die besten in der Abteilung sind, aber die freundlich sind, oder die besser Einfühlende verstehen können, wo ich gerade bin, und mir daher meinen nächsten Schritt beibringen können, statt es der Nobelpreisträger in der Fakultät. Der Bruder, das ist das Geniale, hat nicht nur diesen Durchbruch gehabt, er hat auch verstanden, was da passiert ist, und er hat es verstanden, Menschen, die solche Durchbrüche noch nicht gehabt haben, zu helfen. Und er hatte die Gabe einer großen sozialen und organisatorischen Fähigkeit, die es schließlich erlaubt hat, dass seine Darlegungen weitergehen, auch nachdem er ins Parinibana gegangen ist. diese letzte Nacht ist interessant, das ist eine weitere Schlüsselstelle, ihr habt hier einen Buddha, eine Buddha-Statue bumesischer Prägung, und was diese Statue macht, wenn ihr einmal schaut, ihr habt eine rechte Hand, und in dieser rechten Hand gibt es eine Geste, diese Geste berührt die Gestalt des Buddha, Erde, das Mudra, Bumishparsamudra, Bumiparsamudra ist eine ganz berühmte Geste, und es stellt den Buddha dar, im Augenblick, der dem Erwachen unmittelbar vorausgeht. Der Buddha, der diese Geste macht, ist eigentlich noch kein Buddha. Wenn ihr pingelig sein wollt, dann ist das eigentlich noch gar keine Buddha-Statue. Wenn ihr ein bisschen Tong-in-Cheek seid wollt, dann könnt ihr sagen, das ist eine Bodhisattva-Statue. Der Buddha ist noch nicht wirklich gänzlich erwacht in diesem Augenblick. Die Geschichte ist die, dass Mara, der Verderber, Mara, Papima, der dem Buddha schon nachsteigt, sechs Jahre seines Aspekt im Daseins, Mara ist die Personifizierung all dessen, das Menschen bindet. Es ist so etwas wie eine Mischung aus Untergott und Teufel. Es ist eine Mischung aus all der quasi ausgelagerten Psychologie dessen, was uns hindert, wach zu sein. Und die wird personifiziert. Die ist faszinierend. Manchmal ist sie dämonisch und groß. Manchmal hat sie mehr so was von einem Mistgeist. Es gibt ein paar fantastische Sutras. Einmal in einer der Lehre in der mittleren Sammlung sitzt sie dem armen Sariputta im Darm. Quasi als Blähung. Das ist mal ein interessantes, richtig faustisches Konzept. Den Teufel im Darm. Das ist relativ konkretistisch. Und dann wieder taucht Mara auf und ist ganz freundlich. Und in diesem Moment taucht Mara auf und wittert seine Chance, weil er merkt, der Buddha hat eben eine Art Gelübde abgelegt und gesagt, jetzt geht es auf den Vollbohr zu und ich werde jetzt mich nicht mehr erheben und sei es, dass mein Blut mir vertrocknet, ich werde mich nicht mehr erheben, bis ich nicht die Freiheit erlangt habe. Also da hat ein männlicher Geist heroischen, kriegerischen Entschluss gefasst, eine große Aditana und Mara merkt, dass es ernst wird. Der Buddha nähert sich dem Vajrasana, dem Diamantsitz in der Nähe des Bodhiwarnes und Mara weiß, jetzt wird es ernst. Der Mara kriegt immer dann Panik, wenn sich Wesen aus dem Sinnesbereich befreien, aus der Karmaloka, also wenn sie an die Peripherie der Welt des Einflussbereiches von Mara gehen, dann wird der nervöser. Also der Teufel wird immer nervöser, wenn Leute beginnen, wirklich Vertrauen zu haben oder Fortschritte zu machen. Und Mara, der ihm nachschleicht, seit Jahren, so sagen die Lehre, nähert sich ihm an. Ich wollte euch das nicht vorenthalten. Es nähert sich ihm an und wie es sich für einen abgefallenen Teufel hört, dann macht er sich so und da steht, da nahte sich Namuji und sprach gar mitleidvolles Wort. Hager bist du, hässlich anzusehen, dem Sterben bist du nahe schon, zu tausend Teilen bist du schon des Todes, dein Leben misst nur einen Teil. So lebe, Herr, denn besser ist ja Leben und lebend kannst du Verdienst erwirken. Also er sagt ihm, er soll eigentlich aufhören zu praktizieren. Er sagt ihm scheinbar mitfühlend, sei maßvoll, übertreib nicht, lass es dir gut gehen, ja, patsch, 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 ja. Mit anderen Worten, hör auf, die Dinge zu machen, die dich in meinen Einflussbereichen ziehen. Und das Ganze ist kaschiert als mitleidvolle Geste, als Besorgnis. Dann, schwer gangbar ist der Weg des Kampfes, ist schwierig, schwer auch zu vollenden und so weiter. Also er möchte ihn ermutigen, dass er einfach aufhören soll. Er soll gesund werden wieder, er soll großzügig sein, Verdienste machen durch seine Großzügigkeit. Und der Buddha will irgendwie nicht einsteigen und redet ihn an, du Freund der Lässigen, du Böse. Redet ihn an und bekräftigt noch einmal seine Entscheidung, dass er nicht nachlassen will. Und dann gibt es verschiedene Fassungen der Geschichte. Diese Lehrrede hier erzählt davon, dass der Buddha die zehn Armeen des Mara benennt. Diese zehn Armeen werden benannt. Die erste der Armeen ist Kama, das sind die Sinnendinge. Die zweite Armee des Mara ist die Unlust oder die Unzufriedenheit. Interessant ist, früher Buddhismus an diesem Punkt ist dramatisch psychologisch. All diese Dinge sind sehr psychologisch. Und es ist ganz interessant zu sehen, was der Buddha hier als die zehn gefährlichsten Kräfte hält, die an Maras Seite einen dem Erwachen geneigten Menschen gefährden. Also Sinnlichkeit nicht im Sinne von Sinnenhaftigkeit müsste ich sagen. Sinnlichkeit das klingt ja gut in unseren Ohren, nicht? Sinnlich knabbelte sie ihn am Ohr, das klingt gut für uns. Parfum, Jokolade, Lebenszug, Gewand, Leben und so weiter, das klingt gut. Sinnlichkeit für uns klingt gut. Das klingt nach Genuss, das klingt nach Teilhabe, nach Fülle, nach solchen Sachen. Was der Buddha meint hier mit Karma ist eine dreifache Verschränkung von Sinnesobjekten, Sinnesgenuss und einer fatalen Neigung, diesen Genuss zu suchen, immer wieder. Und diese Dreiheit wird mit Karma bezeichnet und diese ganze Sache ist ganz unmoralisch oder ganz amoralisch, wird als ein Problemkreis erachtet, der Menschen bindet. Solange wir Sinn und Genuss suchen, machen wir uns abhängig. Wenn uns der Genuss gelingt, werden wir ein Stück abhängiger davon. Es tut uns gut, es fühlt sich gut an und wir möchten es wiederholen. Wir möchten es behalten, wir möchten es ein bisschen variieren, wir möchten es uns wieder und wieder verschaffen. Wir finden eine Art Stillung und in dieser Stillung findet auch eine Art Gewöhnung statt und diese Gewöhnung lässt uns Entbehrung erfahren, wenn wir diese Stillung nicht wiederholen können. Das ist nicht ein Moralinsau, was du sollst nicht genießen, sondern das ist einfach eine nüchterne Feststellung, dass wir über die Betätigung unserer Sinne und des Genusses, den uns sinnliche Erfahrung verschafft, einen Genuss über uns, den der Buddha zu keiner Zeit abstreitet, dass wir uns in eine Art Bindung begeben und es uns in dieser Bindung unweigerlich Schmerz, Enttäuschung, Entbehrung und letztlich Unzufriedenheit oder Ungestilltsein droht. Die Details könnt ihr bei Shakespeare nachlesen in den Sonetten oder in Stücken oder in Götis Faust. Die Weltliteratur ist voll von solchen Zeugnissen. Das muss man nicht mal aus dem Buddhismus rausholen. Der Buddhismus hat die Dynamik präzise aufgegröselt, aber die Bildhaftigkeit, in der unsere Weltliteratur uns von dieser Thematik spricht, ist offenkundig für alle, die sich für sowas interessieren. Also Karma sein erstes Heer. Das Zweite, die Unlust, die Unzufriedenheit, Ahati, wie man ihn sagt, der nahe Feind oder der ferne Feind von Mitfreude, ihr erinnert euch. Das Dritte ist Hunger und Durst, interessant, Bedürfnisse. Das Vierte ist Begehren, Panha, Durst, wieder diesmal das psychologische Durst. Das Fünfte ist Tinamida, Starrheit, Mattigkeit, die Taubheit, interessant, nicht? Das Nicht-Kontakt-Machen-Wollen des Geistes, das Starre, das Unbewegliche eines Geistes. Wird hier als eine Armee von Mara dargestellt. Dann, das Sechste, ist die Furchtsamkeit, die Angst. Der Zweifel ist das siebte Heer. Das achte Heer ist zweiteilig, zum einen Heuchelei und zum anderen Verstocktheit. Renitenz, also eine explizite Problematik, wenn es um Wachen geht. Nicht mich einlassen wollen, nicht mich kümmern wollen, nicht mich interessieren. Das ist ein Thema. Verwirr mich nicht mit neuen Fakten. Ich habe mir meine Meinungen längst gebildet. Zum Beispiel wäre eine Form von Verstocktheit. Aktiv seine eigenen Unwissenheiten verteidigen und erklären, dass es nicht nötig ist, etwas zu lernen. Zum Beispiel wäre eine Form von Verstocktheit. Oder sich nicht in Beziehung zu begeben zu Menschen, zu denen man ganz offenkundig eine Beziehung hat. Mütter, Bäter, Söhne, Töchter, solche Leute. Leute, die da sind in eurem Leben und die sagen, wir tun so, als ob sie nicht da wären. Das ist eine Form von Verstocktheit. Dann haben wir das neunte Heer. Das neunte Heer ist interessant, das heißt Gewinn und Ehre. Gewinn und Ehre erachtet der Buddha als das neunte Heer von Marah. Etwas in Gewinn und etwas in Ehre lassen einen Teil von uns einschlafen. Das zehnte, die zehnte Armee ist der Rum und das falsch erworbene Ansehen. Das ist auch nicht offenkundig. Rum und falsch erworbenes Ansehen. Und diese zehn Heere schickt Marah auf unseren Mann hier. Und der Buddha sagt dann, ich trage das Munja-Gras. Munja-Gras ist ein besonders hochwachsendes Gras und in Indien haben Kämpfer das getragen in der Schlacht, wenn sie damit kämpflich machen wollten, dass sie nicht flüchten werden. Egal wie die Sache steht, dass sie nicht davon laufen werden, dass sie nicht aufgeben werden. Die würden entweder gewinnen oder waren totgeweiht. Und um das klar zu machen, haben sie dieses Munja-Gras an ihren Ausrüstungen getragen oder an ihren Helmen oder an ihren Lanzen und sich das an den Kopf gebunden zum Beispiel. Also der Buddha sagt, er würde das Munja-Gras tragen, dass er nicht weichen würde, dass ich Verachtung hebe für dieses Leben hier, denn besser ist, dass ich im Kampf sterben als weiter Leben noch besiegt. Und dann geht es weiter, dann gibt es eine interessante Geschichte. Da gibt es die Bebilderung dieser Situation, beschreibt dann, wie Mara noch einmal seine drei Töchter am Buddha ausprobiert und diese drei Töchter funktionieren nicht und schließlich kommt er und sagt, seine letzte große Liste ist, das bildest du dir alles ein, dein ganzes Projekt, dein Asketentum, dein Kampf gegen die Unwissenheit, deine heroische Bemühung, das ist alles nichts anderes als ein riesiger Trip, den bildest du dir ein und du bildest dir das ein, damit du besser dastehst. Das ist eine riesige Blase deiner Fantasie, du hast dir da einen Traum zurechtgelegt und in diesem Traum bist du der Held, aber das stimmt alles gar nicht. Das ist alles eine riesige narzisstische Fantasie, die du dir zurechtgelegt hast und ich gebe dir jetzt hier die ICD-10-Nummern, ja, das steht nicht im Parley. Und dann gibt es verschiedene Fassungen in der Geschichte. Die eine Fassung sagt, dass der Buddha sein Recht bekräftigt, an diesem Ort auf dem Diamants jetzt zu sitzen, aufgrund der Vollkommenheiten, die er im früheren Leben wirkt hat. Und Mara fragt ihn, wo sind deine Zeugen, du sitzt alleine da. Ich habe viele Zeugen, dass ich hier bin und ein mächtiger Gott. Und er dreht sich und wendet sich zu seiner Armee. Und der Buddha sagt, ich habe hier keine Zeugen, aber ich rufe die Erde an. Das ist jetzt interessant. Ich rufe die Erde an als Zeugin, dass ich im zahllosen Leben die Vollkommenheiten erwirkt habe. Und ganz besonders ruft er die Erde an als Zeuge, dass er in seinem letzten Leben als Vesantara ein unglaublicher Akte von Großzügigkeit geleistet hat. Und er bittet die Erde, dass sie sich verständlich machen möge. Und er berührt mit seinen Fingerspitzen die Erde und ruft sie dort als Zeugin an. Und die Erde, da gibt es verschiedene Fassungen, einmal bebt sie, bebt zur Bestätigung ihrer Zeugenschaft, dass der Buddha sich das Recht auf diesem Diamantsitz zu sitzen und sein Erwachen fortzusetzen erworben hat, durch die zahllosen Leben und die zahllosen Vollkommenheiten, die er sich aufgebaut hat, in früheren Formen des Daseins. Das ist eine Fassung. Die andere Fassung ist, dass die Erde sich öffnet und eine Gestalt heraustritt, eine Gestalt, die in Thailand oft dargestellt wird, die heißt Mehtorani, das ist die Erdgöttin. Und die Erdgöttin taucht auf, das ist meistens eine üppige Frau und sie fasst sich in ihre langen Haare und bringt ihre Haare aus. Und aus ihren Haaren fließen unendliche Massen von Wasser und Maras Armeen werden erseuft. Und Mara tollt sich. Im vorderen Fall, wo die Erde bebt, erschrickt Mara und wie eine Krähe, so wird es beschrieben, wie eine Krähe, die jahrelang um einen Stein herum geschlichen ist, im Glauben, es sei ein Stück fett und sie können da was kriegen, tollt er sich. Es wird gesagt, dass seine Laute ihm sinkt und er mit hängenden Schultern davonschlurft. Wenn ich das so etwas anders anschaue, vor allem die Gestalt dieser Metohani, dieser Harani, oder wie sie in den früheren Texten, die Stavara, die große Trägerin, aber dann sehe ich darin etwas ganz für mich Einleuchtendes und das ist, dass der männliche Asket Gotama, der sich Gelübde ablegt, dass er nicht zurückweicht, dass er diesen Armeen, die später übrigens dargestellt werden, Mara, der sich 10.000 Arme wachsen lässt und eine Elefanten, der Elefanten heißt mit Bergen gegürtet, das ist der Name des Elefanten, ihr könnt euch vorstellen, dass das ein relativ staatliches Tier war, und seine Dämonen Fürsten, den Erwachensprozess begriffen, den Bodhisattva attackieren, ist eine spätere Darstellung, und er widersteht diesen Attacken, alles was man auf ihn schleudert, verwandelt sich in Blüte, vielleicht habt ihr diese Darstellung gesehen, jede Waffe, die man auf ihn abwirft, verwandelt sich dann in Kontakt mit der Bodhisattva-Sphäre in eine Blüte, in eine Parijataka, eine Korallenbaumblüte später, und dennoch bleibt unser männlicher Held, unser asketischer Krieger, bleibt unfrei, er ist zwar nicht zu überwältigen, aber er bleibt belagert, und das finde ich faszinierend, erst als er das Weibliche auf den Plan ruft, in der Gestalt der Erdgöttin oder in der Gestalt der Erde selbst, die ihn trägt, erst als er das Weibliche auf den Plan ruft, wirkt aus seiner Unbesiegbarkeit eine tatsächliche Freiheit, das finde ich faszinierend, er ist da, wo er kann als allein heroischer, asketischer und damit männliche Gestalt kann er nicht Freiheit finden, er kann bestenfalls Unbesiegbarkeit finden, aber er bleibt belagert, er bleibt unter Attacke, Mara lässt erst ab von ihm und der Erwachensprozess setzt erst ein, und das finde ich hat die Tradition sehr schön verstanden, als das Weibliche mit auf den Plan kommt, die Erde, die ihn trägt, in all diesen zahllosen Leben, die bezeugt, dass er nicht spinnt, dass es nicht einfach eine riesige Fantasie ist, die er sich aufgebläht hat, so ein kleines solipsistisches Gebilde, in dem er als der Held durchkommt soll. Ich weiß nicht, wie kleine Jungen das haben, ich habe das gehabt, so infantile Grandiosität ist mir sehr vertraut. Ich arbeite immer noch ein bisschen am Hand. Und die Erde als Zeugin in der Gestalt der Harani, der Mutterträgerin oder der Erdgöttin, die dann die Schleusen öffnet und ihm quasi zu seiner männlich-heroischen Tugend noch die weibliche Unterstützung, das, was ihn trägt überhaupt, das finde ich so genial, was ihn überhaupt all die Leben getragen haben, was schon da ist, was gewährt ist. Erst dann hört Mara auf, ihn zu bearbeiten. Erst dann erkennt Mara, dass er verloren hat. Und erst dann beginnt der Erwachensprozess, setzt ein. Und der Buddha geht dann durch seine verschiedenen Stadien von Erwachen hindurch. Am Ende dieser Nacht ist er der Buddha geworden, so wie wir ihn kennen durch die Überlieferung. Und dann beginnt eine völlig neue Geschichte. Dann hat er es nicht mehr mit seiner eigenen Unwissenheit zu tun, sondern mit der Unwissenheit seiner Nachfolge. Das ist kein minder großes Projekt. Das erste Projekt hat ihn sechs Jahre gekostet, von zu Hause weg und erwacht werden. Das zweite Projekt hat ihn 45 Jahre gekostet. Das ist nicht eine leichte Aufgabe. Ich denke, er hat sie erstaunlich bewältigt. Für heute Abend müsste das launen. Ich möchte einfach, dass ihr in dieser Geste dar, die Anrufung der Erde als der Zeugin und damit auch die Anrufung des Weiblichen als einer unverzichtbaren Kraft in dieser Welt. Dass eine Freiheit und ein Erwachen nicht zu erlangen ist durch Unbesiegbarkeit. Das ist zwar nötig, aber das alleine ist noch nicht Freiheit. Es ist eines unbesiegbar zu sein, es ist ein anderer wirklich frei zu sein. Und ich denke, die Traditionen haben das verstanden. Historischerweise hat es etwa tausend Jahre gedauert, bis man die Gestalt eines Buddha, also eines völlig Erwachten, als eine fraglos weibliche Gestalt abbilden durfte. Wenn ihr so anguckt, die Ikonografie redet, ein berätes Zeugnis, die Frauen tauchen auf am Anfang so als Lotusträgerinnen am Bildrand. Und dann so im Laufe der Jahrhunderte arbeiten sie sich mehr und mehr in die Bildmitte. Und ungefähr um das Jahrtausend habt ihr in Indonesien das erste Mal eine wirkliche vollbrüstige, in der Sitzhaltung eines Tathagata dasitzende Pratana Paramita. Die dasitzt und im Vitarka Mudra Bedingtheit und Leerheit erklärt. in allen Gesten eines Erwachten und zugleich ganz, ganz fraglos eine Frau ist. Das dauert ungefähr tausend Jahre, bis das möglich wird. Das Erwachen in der Form eines weiblichen Wesens dargestellt wird. Das Projekt ist noch nicht ganz abgeschlossen, wie er jeder Blick in die real existierenden Traditionen zeigt. Ich bin unter dem Eindruck, dass eigentlich schon sehr früh die Tradition, die diese Rolle des Weiblichen verstanden hat und spätestens im Kurzen vor dem Erwachen nicht nur zum Schad als Milchreis, sondern auch die große Erde als Trägerin des Bodhisattvas und seiner heroischen Kämpfe dort auf den Plan kommt. Gut, lass mich absetzen und eine Minute zu schweigen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.